raffaello die weiß mit kokos beste ja lecker raffaello mag ich sehr sehr gern wie zu heiß draußen ist bei dir auch so heiß okay es liegt an mir nach dem chili bin ich vermutlich für die erwärmung der atmosphäre verantwortlich das sieht man am schönen kampf platz hätte die nicht warten können kaum gesagt es ist halt wirklich so gleich kann ich noch mehr so wieder typisch ja war klar ja 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 Ich hätte eigentlich nachher Bock so ein bisschen Baby in Yellow auszuprobieren, aber mal gucken. Oh nein. Oh fuck, ich kann ihn null einschätzen. Oh oh. Oh. Ja wie gesagt, wenn meine Mom mag das auch. Ich habe mich nie. Na cool, der wird sehr schnell sein wahrscheinlich. Da müsst ihr mal Lava mit mir kämpfen. Halt doch einfach. Okay. Das war's für heute. 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 Oh, gotcha, gotcha. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, gotcha, gotcha, gotcha. Das war's für heute. 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 nein bitte nicht das gefällt mir alles nicht PUSCZY Wie kacken denn dich? Ich wünsch dir drei Wochen Durchfall. Oh, ne Klopapier, genau. U-Dentical. Okay. 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 Und wer scherzt sich jetzt um Jill? Hallo. Ich bin die Einzige, die jetzt hier gerade dran denkt. Okay. 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 Love you too. Hallo, Flo. Hallo, Flo. Ich glaube nicht. Ich habe Ihre Gefahrung beobren. Ich habe auch bereits Kaffee-Bereich gewonnen. Ich habe mich über die auch meinen Sieg gebrochen. Sie werden alleきаем:「 Kaffee-Bereich? Ich habe noch nie gedacht, dass ich nicht! Nein. Wenn ich Herklaar title werde, dann kann ich das. Ein Lied der Hoffnung. Ein Lied der Hoffnung. Oh mein Gott, ey. Das hat mich schon wieder so getrügelt. Das ist also wieder noch gut gestern. Es war sehr verstörend. Es war, dass wir gestern nicht mehr da waren, aber wir haben noch bis 1 Uhr gedroschen. Alter, bis 1 Uhr. Das ist heftig. Aber dafür musst du dich nicht entschuldigen. Du kannst ja nichts für. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das war's. Das war's. Das war's. Das haben wir noch geguckt nach irgendeinem gewissen YouTuber, der wohl pleite zu sein scheint. Der ist nicht nur pleite, der ist alles einfach. Wir haben uns dann so eine TikTok-Trends angeschaut mit Leuten, die sich die Beine verlängern. Das ist jetzt anscheinend sehr in. Und über sehr merkwürdige Zwillinge, die möchte-gern-Rapper sind und anscheinend sich auch gegenseitig knutschen und sonstige Dinge miteinander machen, um halt ein Onlyfans-Geld zu machen. Ja, es war sehr... Alles andere als toll. Beine verlängern, was ist kaputt mit dieser Welt? Ich weiß nicht, die lassen sich freiwillig die Beine brechen, um dann da irgendwie Metalldinger dazwischen zu klemmen und das mit extremen Schmerzen. Da werden auch die Seen und so alles auch komplett gedehnt und Aua und... Nur damit man ein paar Zentimeter größer ist. Ja. Junge, ja. Also das ist wirklich... Das ist... Ganz anders Level. Da kann so viel schief gehen. Monate langen Schmerzen zu haben und... Oh mein Gott ey. Na ja. Mein Chat ist verblödet. Die Infos Neuflur, das war echt krank, das war wirklich krank. Ich muss das nur alles schneiden, dann seh ich die Scheiße nochmal, dann wird mir wieder schlecht. Ja, aber was ist, wenn der Schlong so lang ist, dass die Beine verlängert werden müssen, damit dieser nicht nur am Boden schleift? Weiß ich nicht. Vielleicht den Schlong kürzen? Ich hab keine Ahnung. Oder es so lassen, wie es ist? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn es gesundheitliche Probleme oder so gibt, ist das was anderes, als wenn man das nur wegen irgendein Schönheitsideal macht. Das muss nicht sein. Schlong kürzen, niemals! Ich habe das nicht gewusst. Oh nein, das war es nicht. Ich habe ihn hier besprochen. Ich habe ihn geplant. Ich habe ihn hier bekommen. Ich habe ihn geplant. Ich komme mir zu euch. Ich habe ihn geplant. Ich komme wieder. Ich komme. Der schwarze Mann. Ja, es ist die Frage, wo genau der ist, ne? Ja, es ist die Frage, wo genau der ist, ne? Das steht jetzt nicht genau da, ne? Ne, waren beide Geschlechter lüntig, Frauen und Männer. Eine Frost von 1,72 auf 1,86 hoch. Ja, das ist einfach nur krank. Ich weiß auch nicht, was man da für Monate lang für Schmerzen auch gehabt haben muss. Ich meine, da wurde ja auch beschrieben mit, dass man das jeden Tag irgendwie ein Stück nach hinten wieder drehen muss oder so, damit dann der Knochen ein Stück weiter wachsen kann. Und, oh nee, Alter, das war beim Zuhören und Sehen schon schmerzhaft. Ja, man kann es am Oberschenkel sich brechen lassen oder halt unter, also unten und jetzt halt an beiden Stellen. Die hat sich oben das brechen lassen und unten. Das war echt schmerzhaft beim Zuhören, ja, es ist jetzt auch wieder schmerzhaft. Ja, das war echt schmerzhaft. Ja, aber ohne Beinverlängerung lebt es sich besser. Ja, vor allen Dingen das Risiko ist ja auch extrem, dass da was schief geht. Was ist, wenn du danach nicht mehr laufen kannst, weil da irgendwas passiert? Du kannst auch Infektionen alles kriegen. Kann so, alles schief gehen einfach, dass du deine Beine dann verlierst oder allgemein schiefläufst oder alles krumm und schief wächst und, alter. Ich weiß ja nicht. Vor allen Dingen sich bewusst die Beine brechen zu lassen. Boah, nee. Gehen wir eh identisch. Das ist eh schon vorprogrammiert. Schwierig, denk ich. Schwierig. Das ist, wenn du da bist. Jetzt wissen wir, wie Sleddermann so lange Beine bekommen hat. Ja, er war der Erste. Das ist krass. Man muss ja erst mal neu laufen lernen. Ja, der Typ, der zum Beispiel gezeigt wurde, der ist ja halt auf den Krücken da rumgestolziert. Er sah aber nicht sehr gesund aus. Das wäre es mir nicht wert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.